Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ha 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 ha! Und jetzt ein paar Jahre später mit etwas Abstand kommt ein Film, der sich nun damit beschäftigt, auf den Namen She Set hört. Ich habe ihn aber gar nicht gesehen, er startet am 8. Dezember in unseren Kinos. Jemand von uns konnte ihn aber bereits vorab in Augenschein nehmen und das ist der Stu. Hi! Hallo zusammen! Ja, schönes Thema. Ja, sehr weihnachtlich auch. Auf jeden Fall. Also es ist eigentlich wirklich der perfekte Weihnachtsfilm, oder? Ja, für die ganze Familie. Also ich bin schon sehr gespannt, wenn der am 8. Dezember rauskommt, wie viele Familien sich sagen, komm, Oma, Opa, Tante, Neffe, kommt mal alle mit, wir gehen jetzt She Set gucken. Ja. Avatar wird ein Witz dagegen sein, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, She Set, ein wirklich unangenehmes Thema, umgesetzt vom deutschen Hollywood-Export Maria Schrader, die ja zuletzt, ich glaube, diesen Ich bin dein Mensch hat die gemacht, ne? Der letztes Jahr um die Weihnachtszeit in der ARD-Mediathek zu sehen war. Also irgendwie schließt sich da der Kreis. Aber ich hatte es ja schon ein bisschen angeteasert, magst du uns nochmal so umreißen, worum es jetzt hier konkret geht? Ja, es geht um die zwei Journalistinnen Megan Toey und Jodie Cantor, gespielt von Carey Mulligan und Zoe Kazan. Die recherchieren im Falle Harvey Weinstein. Und diese beiden Journalistinnen, also Toey und Cantor, gab es wirklich. Und quasi ist dieser Film eine Nacherzählung der Ereignisse, die dazu geführt haben, dass, ich möchte mal sagen, Harvey Weinstein wirklich öffentlich enttarnt, entthront und entmachtet wurde. So kann man es ganz kompakt, glaube ich, zusammenfassen, denke ich mal. Ich kann ja kurz anmerken, wir hatten vor einem Jahr, also was heißt wir, Christopher und meine Wenigkeit, hatten eine Doku besprochen zu dem Thema, die um die Zeit in der ZDF-Mediathek zu sehen war. Ich mache irgendwie nur, wir haben für Mediatheken der ÖRR-Sender. Und jetzt dieser Film, der ja auch so, der Vorfall damals hat ja so die MeToo-Ära eingeleitet. Und es ist ja auch wirklich ein durchaus heißes Eisen. Und wenig verwunderlich kommen ja auch einige bekannte Namen hier dann irgendwie angelaufen, wenn es um so ein Thema geht und das aufzuarbeiten. Das ist ja auch wirklich wichtig, keine Frage. Hat dich denn abseits von der Thematik noch irgendwas wirklich am Film gereizt? Naja, also man muss schon sagen, das ist ein Film, der, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber der lebt schon von seiner Thematik. Ansonsten ist das halt ein relativ, ja, klassischer Journalistenfilm. Also sowas wie Spotlight oder die unbestechlichen oder jetzt auch gerne von Spielberg, die Verlegerin. Das ist ein sehr auf Erzählung konzentrierter Film. Da gibt es jetzt keine großen Spektakel zu bewundern. Es ist halt sehr entschlackt inszeniert, ohne großes Brim-Bamborium und setzt halt eben dafür sehr auf, ja, auf die Schauspieler, Schauspielerinnen, die auch allesamt wirklich sehr gut sind. Und spürbar auch Wissen, was sie hier erzählen und wie wichtig das ist. Denn Harvey Weinstein hatte ja, sag ich mal, Hollywood schon sehr in seinem Griff. Und She Said ist jetzt keine Indie-Pattent-Produktion. Da steckt ja auch ein großes Studio dahinter. Also ich will nicht sagen, dass es jetzt wirkt wie ein Versuch einer Entschuldigung von Hollywood. Das ist es auf gar keinen Fall. Aber es wirkt schon, also es ist schon selten, dass ein Film aus Hollywood sehr kritisch mit Hollywood umgeht. Denn eigentlich feiert Hollywood Hollywood am liebsten. Ja, es sei denn, das Thema ist Harvey Weinstein, natürlich so ein bisschen. Es ist jetzt so, bei dem hier die Frage, also es ist ja doch relativ klassisches Hollywood-RC-Kino oder Journalisten-Film, wie du es umschreibst. Merkt man denn hier vielleicht durch Maria Schrader auf dem Regiestuhl vielleicht eine gewisse andere Note? Also fühlt sich das vielleicht nicht ganz so sehr nach Hollywood an, was die Inszenierung angeht? Oder wie ist das? Tatsächlich sind das so Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel bekommen wir auch immer wieder so kurze Auszüge aus dem Privatleben von dieser Megan Toey und Jodie Cantor zu sehen, die beide ja verheiratet sind oder waren. Und ich glaube die Megan Toey war es, die wurde auch Mutter zu der Zeit und hatte auch, glaube ich, eine postnatale Depression, glaube ich, heißt das. Oder so wird es genannt. Ich bin jetzt kein Mediziner. Und die Schrader, die fokussiert sich darauf jetzt nicht so vehement, aber sie zeigt halt eben auch, was diese Arbeit mit einem macht, wenn außerhalb des Berufs. Und das Schöne ist, ich finde auch immer wieder ganz kleine Nuancen, wo man, also wo nicht nur wir Zuschauer, Zuschauerinnen, sondern auch halt eben die Hauptprotagonistinnen so ein bisschen aufatmen können. Also es gibt durchaus ein paar sehr amüsante Szenen in dem Film, jetzt nicht, wo man sich schrecklich lacht, aber die das so ein bisschen, ja, auflockern, dann halt wieder zurück zur Tagesordnung zu kommen, sage ich mal. Also ich fand es sehr schön, dass die Maria Schrader einen sehr klaren Blick hat auf ihre beiden Hauptfiguren, das auf jeden Fall. Und sie aber nicht so zu einer, ja, so zu Vorreiterinnen so stigmatisiert, sondern einfach sagt, das sind zwei sehr gute Journalistinnen, aber eben auch zwei Menschen und lässt sie so ein bisschen durch diesen Film streifen mit all dem, was dazugehört. Okay, das so ikonografisch aufzuarbeiten, da wäre ja durchaus die Versuchung gewesen. Ich meine, das ist ja nun mal so eigentlich die Geburtsstunde der MeToo-Ära. Das zeugt ja dann irgendwie auch schon, also das klingt auf jeden Fall nach einer gesunden Distanz trotz allem zu dem, also sowohl zu den Ereignissen als auch zu den Figuren beziehungsweise dem, was sie angestoßen haben. Also Distanz ist ein sehr gutes Wort, weil tatsächlich bei der Sichtung des Films hatte ich auch immer dieses Gefühl von Distanz. Wer sich mit dem Fall Harvey Weinstein auskennt, der weiß ja, dass da auch teilweise ein paar sehr große Namen involviert sind, die sich dann erst später gegen ihn ausgesprochen haben. Zum Beispiel kommt immer wieder der Name Gwyneth Paltrow in dem Film zur Sprache. Man sieht Gwyneth Paltrow aber selbst nicht, aber trotzdem ist es eine sehr wichtige Person in diesem, in dieser Aufarbeitung des Weinstein-Skandals. Und diese Distanz, ich muss sagen, es gibt auch Momente, wo diese Distanz fällt. Zum Beispiel spielt Ashley Judd, die ja auch Teil daran, die spielt sich halt selbst und das wirkt ein bisschen seltsam tatsächlich. Ich kann das schon verstehen, warum, aber da gibt es so Momente, wo das, was Ashley Judd sagt, schon sehr nach Drehbuch klingt. Um es ganz böse auszudrücken, klingt es sogar so, als ob sie es sich selbst geschrieben hat. Ja, das war ein bisschen arg seltsam, aber natürlich ist die Frage, wie willst du es machen? Weil du kannst natürlich jetzt sagen, das ist jetzt Schauspielerin XY und die spielt jetzt Ashley Judd oder die spielt jetzt Gwyneth Paltrow. Da kannst du natürlich A, Ärger bekommen wegen Persönlichkeitsrechten oder sowas. Zum anderen könnte es natürlich auch dazu führen, dass diese Authentizität, die dieser Film hat, besitzt, einfach auch irgendwie zum Teufel geht. Weil du genau weißt, wer Gwyneth Paltrow ist und wenn es halt nicht Gwyneth Paltrow ist, ist es halt nicht so. Das ist ein Drahtseilakt. Ich muss sagen, das schaffen die hier wirklich gut, aber trotz allem, man hat schon oft das Gefühl, dass sie sich so einer Distanz halt einfach stellen müssen oder mussten und versuchten, das Beste draus zu tun. Aber es gibt halt ganz viele Momente in dem Film, wo man schon das Gefühl hat, es wirkt so ein bisschen, nein, nicht halbgar, aber sie hatten keine andere Möglichkeit, es besser zu lösen. Ja gut, natürlich ist Ashley Judd längst nicht so ein großer Name wie Gwyneth Paltrow. Also die ist ja zumindest halbwegs noch präsent, während Ashley Judd unter anderem dank Harvey Weinstein ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Das kann man ja mal kurz anmerken. Die sollte, glaube ich, ursprünglich gecastet werden als Arwen in der Heide-Ringe-Trilogie. Genau, das wird im Film, meine ich, auch angesprochen. Oh, okay. Ja gut, das ist natürlich. Aber da sprechen wir vielleicht auch den Elefanten im Raum an. Das würde mich interessieren, wie der Film mit Harvey Weinstein innerhalb der Inszenierung umgeht. Er bleibt lange Zeit einfach nur so ein Name. Ein Name, dass der jedes Mal, wenn er fällt, geht so ein spürbares Raunen durch den ganzen Film. Es gibt Momente, wo Leute sehr eindeutig auf die Namen allein reagieren und gegen Ende hört man ihn dann auch. Einmal, dass ein Darsteller ihn spricht und einmal, tatsächlich gibt es auch einen sehr starken Moment, wo man eine echte Tonaufzeichnung von Harvey Weinstein hört, wo er gerade einer jungen Frau, ja, ich sag mal so, versucht, Avancions zu machen. Sie überzeugen möchte, mit ihm intim zu werden. Das ist ein Schnipsel, den gibt es schon etwas länger. Ich glaube, der gibt es auch in dieser Unantastbar-Doku, die du gerade eben, glaube ich, erwähnt hast, zu hören. Der wird voll ausgespielt. Dazu gleitet die Kamera durch so leere Hotelflure und das ist eine sehr bedrückende Szene. Sehr stark. Und dann gibt es halt gegen Ende noch die Momente, wenn dann Harvey Weinstein sich dann wirklich zeigt und halt eben in der Redaktion von Tori und Kente auftaucht, um halt eben da zu versuchen, sich noch irgendwie die Schlinge aus dem Hals zu ziehen. Da wird er von einem Double gespielt, aber man sieht nie sein Gesicht. Es ist immer so von hinten oder so schräg von der Seite, dass man ihn auch wirklich nie genug sieht. Man hat halt bei Harvey Weinstein den Vorteil, dass er einfach eine sehr prägnante Physis hat, sag ich mal. Und von daher ist das nicht ganz so wild wie jetzt zum Beispiel mit Gwyneth Paltrow, weil dieser Name Weinstein auch, wir wissen, was er getan hat und wie mächtig er war in Hollywood. Dass der Name schon, das klingt jetzt falsch, aber so eine gewisse Strahlkraft einfach hat. Im guten wie im schlechten. In Verbindung mit seiner Physis ist es dann gar nicht nötig, ihn wirklich zu zeigen. Da haben wir dann vielleicht auch wieder die Distanz, die wir jetzt schon beide angesprochen hatten. Ja, ich kann mich in der Doku erinnern, also im Hinblick jetzt auf seine Macht. Da heißt es an einer Stelle wirklich bei den Oscars, Harvey wurde öfters gedankt als Gott. Bei den Laudatoren oder Dankesreden bei der Oscar-Verleihung. Ja, es klingt auf jeden Fall sehr gut. Wir haben ja durchaus namhafte Leute im Cast. Also, du hast ja schon erwähnt, ihr Zoe Kazan, Carey Mulligan, Helen Mirren habe ich da auch irgendwo entdeckt. Patricia Clarkson. Nein, nein. Achso. Es ist nicht Helen Mirren. Es ist Patricia Clarkson. Okay. Genau, genau. Aber glaub mir, das ist mir auch so gegangen. Ich habe sie das erste Mal in dem Film gesehen und dachte, oh, Helen Mirren und dann nie, das ist Patricia Clarkson. Ja, das ist... Weil man dachte sich echt so, ja, bei Harvey Weinstein kommen doch bestimmt einige, ne? Also, ob es jetzt ehemalige sind wie Ashay Judd oder nicht. Es klingt aber trotzdem so, also, sie haben ja, wie gesagt, dann große Namen drin, aber auch nicht so die ganz großen. Das könnte dann, also, da ist ja auch immer die Gefahr, dass sowas dann das überstrahlen könnte, ne? Möglicherweise. Das scheint dann hier nicht der Fall zu sein. Nee, gar nicht. Also, ähm, das ist ein, wie ich schon sagte, sehr gutes Schauspielkino, aber es ist kein Schauspielkino, der, wo es darum geht, irgendwie exiliert zu sein. Also, besonders groß aufzufallen. Das ist alles sehr geerdet, sehr authentisch, ähm, sehr, sehr, ja, grounded, könnte man auch dazu sagen. Ähm, also, wirklich toll gespielt von allen Personen, ähm, und was sie auch sehr schön schaffen, ähm, also, das Drehbuch wurde ja unter anderem, glaube ich, von der Maria Schrader und aber auch von dieser Rebecca Lenkiewicz geschrieben, die Co-Autorin von diesem Oscar-Film Ida. Ja, und die schaffen es sehr gut, äh, dem Publikum nochmal näher zu bringen, warum diese Frauen teilweise halt, äh, warum die halt, äh, zum Film gegangen sind. Also, wir haben ja ganz oft dieses total dumme Bild davon, dass man nur ein Star werden möchte, ja, aber diese Faszination, die von so einem Projekt, von so einem Film ausgeht, das schaffen die sehr gut. Also, der Film beginnt damit, dass wir sehen, wie eine junge Frau mit einem Hund durch den Wald spaziert und um die Ecke biegt und plötzlich steht sie in so einem Filmset und ist halt total begeistert und das, das, das überträgt sich dann auch so. Ähm, also, ähm, also, es ist wirklich schön, wie sehr dieser Film dieses Victim-Blaming komplett wirklich sein lässt, das passiert da nicht. Also, dieser Film ist sehr verständnisvoll für seine Opfer und, äh, ergreift natürlich auch berechtigterweise Partei für, für, für die Opfer und gleichzeitig, ähm, tut er viel, damit diese Frauen, ähm, ja, als, als starke Frauen dastehen, denn sie haben sich halt eben letztlich gegen Harvey Weinstein gestellt und, äh, das ist, äh, nicht einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass dann im Hinblick, äh, äh, auf den Fall, ich meine, ganz erhebliche Parallelen, sogar auch in Verbindung mit US-Medien, gab es ja letztes Jahr mit, äh, Julian Reichelt, ne, also dem Ex-Bild-Chefredakteur und das wurde ja auch, äh, äh, durch, ähm, sehr weiblich geprägtes Investigativ-Team aufgedeckt, ne? Ja, ja, ja. Und verweigert hat, irgendwelche pathetischen Rückblenden zu zeigen. Also, das heißt, wenn die Opfer da von ihren Erlebnissen, traumatischen Erlebnissen berichtet haben, dann ging das wirklich nur rein über den Dialog, wie man das zum Beispiel auch kennt bei der Netflix-Serie Mindhunter. Hier hast du jetzt angedeutet, dass es so ein bisschen, äh, äh, in nachgestellten Szenen ist, aber wahrscheinlich nur so im Anderes, wie das klingt, oder? Also, es gibt, in SheSat gibt es Rückblenden, einige sogar, ich fand aber nicht, dass sie inflationär genutzt werden, sie werden sehr clever und sehr gut genutzt, einfach um nochmal zu unterstreichen, was die Frauen, äh, teilweise durchgemacht haben, also es wird viel auch erzählt, aber sie nutzen Rückblenden, tatsächlich. Die sind meistens nicht so lang, ähm, aber ich fand's eigentlich, ja, angenehm ist jetzt das falsche Wort dafür, ähm, aber eigentlich ganz gut gelöst, ähm, weil durch die, die Schauspielerinnen, die das auch wirklich ganz toll machen, die nochmal klargemacht wird, was das für, ja, ein Albtraum gewesen sein muss. Also, auch vor allem, also, dir wird halt so etwas Schlimmes angetan und keiner will dir zuhören und, äh, keiner nimmt so richtig Notiz von dir und du bist quasi alleine mit dem, was du da durchgemacht hast, mit deiner, mit deiner Angst, mit deinem Schmerz, äh, finde ich, finde ich, ist, äh, kann man so machen. Also, klar, Spotlight hat das, äh, vielleicht ein bisschen eleganter gelöst, ähm, aber trotz allem ist SheSat ganz weit davon weg irgendwie jetzt, sag ich mal, wie so ein Marktschreier zu agieren, was dies betrifft. Ist jetzt auch so die Frage, wie vertraut man mit, äh, dem, dem Fall Harvey Weinstein ist, du meintest ja auch schon zu mir im Vorfeld, dass du jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen kannst, inwiefern das jetzt alles so den Tatsachen entspricht und natürlich auch dramaturgisch, äh, filmdramaturgisch ein bisschen, äh, zugespitzt ist, etc. Ähm, hast du denn für dich da irgendwie neue Erkenntnisse rausgezogen oder hat, haben dir, hat dir dieser Film eventuell nochmal so neue Facetten dieser ganzen Causa vor Augen führen können oder wie verhält sich das? Also, was, was der Film mich wieder gelehrt hat, ist, wie aufwendig und, äh, ja, kräftezehrend so gute journalistische Arbeit ist, denn es kommt ja einem oft so vor, da sind einfach ein, zwei Journalisten, die gehen dann drei Tage lang mit ihrem Schreibblock von A nach B, schreiben was auf, setzen sich dann vom PC, schreiben das runter und dann wird's veröffentlicht und es ist der Hit, Pulitzer Preis und was ist es? Ja, ja, ja. Die agieren schon sehr distanziert, sag ich mal, ähm, weil die halt eben wollen, dass das gut wird, dass es richtig gemacht wird, ähm, und da ist jetzt kein Platz für dieses, sag ich mal, journalistische Spektakel, ne, also, es wird zwar mal hin und wieder gesagt, er könnte euch abhören, aber das verkommt niemals zu so einer Art Journalismus-Thriller. Es bleibt immer, wenn man's, wenn man's im Genre betrachtet, immer im Dramabereich, was ich ganz gut fand. Das erinnert aber dann wirklich sehr frappierend an Spotlight, weil der hat auch sowas umschifft, ähm, also da, da gibt es ja auch einmal den Satz, äh, wir müssen nicht nur irgendwie einen, also da ging's ja um den Missbrauch in der katholischen Kirche, äh, in der Gemeinde Boston, was dann ja auch noch gewaltige Kreise gezogen hat, kann man also durchaus vergleichen, ähm, da heißt es an einer Stelle auch, wir müssen nicht nur irgendeinen Priester dran kriegen, wir müssen das ganze System dran kriegen. Ähm, und, äh, also, dass man da auch dann nicht so den einen Typen hat und das System Harvey Weinstein ist ja wahrscheinlich auch nicht, also, da weiß ich auch noch, in der Unantastbar-Doku wurde gesagt, und dieser Satz ist mir auch im Hinblick auf solche Fälle wie Julian Reichelt wirklich im Kopf geblieben, es gibt in jeder Branche wahrscheinlich irgendwo einen Harvey Weinstein, ne? Ähm, ja, das, äh, ja, das ist wohl leider so. Äh, ich muss sagen, ich bin jetzt sehr gespannt, meinst du, was rechnest du dem denn so für, für Chancen bei den, äh, in der Awards-Saison aus, noch vielleicht zum Schluss? Uh, also, ich könnte mir vorstellen, dass Maria Schrader irgendwie nominiert wird, die hat jetzt schon Emmy bekommen für ihre Miniserie Unorthodox, das war ja auch, glaub ich, das Projekt, was, äh, was sie zu diesem Film dann letztlich geführt hat. Mhm. Ansonsten, äh, Drehbuch und Darsteller, glaub ich, hätten eine sehr gute Chance, ähm, ich hab aber noch nicht so richtig den Überblick jetzt, was jetzt, äh, in der Awards-Saison alles mitspielen wird, ich weiß, dass The Whale da wahrscheinlich, äh, viel zu sagen haben wird. Ja. Aber ansonsten fehlt mir der aktuelle Überblick, aber ja, es ist so ein typischer Oscar-Film, ich will jetzt nicht sagen Oscar Bait, aber She Said ist ein Film, der, äh, könnte bei den Oscars durchaus, äh, ja, ein Wort mitsprechen. Ob dem so ist, weiß ich nicht, ähm, er hätte es verdient, aber ich glaube, er wäre auch gut ohne Oscars. Ja. Okay, also kannst du ein so oder so, unabhängig jetzt auch vom Hollywood-Kontext, äh, auch als, äh, journalistisches Denkmal oder, oder halt Wertschätzung der journalistischen Arbeit doch wirklich sehr empfehlen, wie es für mich klingt. Ja, also als filmische Wertschätzung, äh, der journalistischen Arbeit ist, ist das wirklich ein sehr, sehr gutes Stück, äh, Film oder beziehungsweise Kino, ähm, wie gesagt, wer jetzt das große Spektakel will, der ist ja falsch, äh, wer aber gut gemachtes, gut erzähltes, äh, gut gespieltes, äh, Journalismus-Drama haben möchte, äh, der macht nichts verkehrt, wenn er ab dem 8. Dezember da ins Kino geht. Alles klar, dann, äh, werde ich mir das vielleicht sogar überlegen, weil Spotlight hab ich damals gesehen und es absolut nicht bereut, auch wenn, äh, der jetzt auch nicht so jedermanns Sache ist, weil das sind schon recht nüchterne, so leicht dokumentarisch angehauchte Streifen, ne? Äh, ja, vielen Dank für deine Meinung und deine Zeit, ähm, ab dem 8. Dezember im Kino, ich bin gespannt, wie der sich so schlagen wird und was der dann für eine Rolle bei den Oscars oder vielleicht auch schon Golden Globe spielen wird. Man darf natürlich auch gern in die Besprechung, äh, zu unantastbar reinhören von Christopher und meiner Wenigkeit, also zu dieser, äh, Doku, die letztes Jahr vor allem, äh, in der Mediathek zu sehen war. Ihr könnt uns natürlich gerne, äh, in die Kommentare schreiben, vor allem beim YouTube-Upload oder auch gerne unter tele-stammtisch.de, ob euch das jetzt hier vielleicht ein wenig angefixt hat, dem Film eine Chance zu geben, wenn er dann erscheint. Und wir freuen uns natürlich auch immer auf positive Bewertungen auf, ich glaub, du kriegst es besser hintereinander, aber, äh, du hast mittlerweile auch oft gehört zu zählen, wie viele Plattformen wir da haben, ne? Also mittlerweile komm ich auf gut ein halbes Dutzend, Minimum. Okay, dann sag ich jetzt einfach mal, äh, ja, man kann uns überall finden, wo es Podcasts gibt, wir würden uns freuen. Genau. Über eine positive Bewertung, warum? Weil? Weil Weihnachten ist. Und weil wir es verdienen. Und wir es verdient haben. Genau, ja. Äh, wunderbarer Film zu Nikolaus auch bestimmt hier. So, ähm, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel druck. Äh, vielen Dank an dich nochmal und bis demnächst. Ciao, ciao. Ich hab zu sagen, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.